hallo heute ist der 7 dezember wir machen wieder mal ein türchen auf und zwar türchen nummer 7 und dieses ei befindet sich hinter türchen nummer 7 und das werden wir gleich aufmachen so dieses ei war hinter türchen nummer 7 und jetzt schauen wir doch mal rein wir haben ein figur eine weihnachtsfigur wir schauen gleich mal rein welche das ist die herr eierino figur gut die kann ich natürlich jetzt nicht auf den teller stellen weil wie gesagt die ist verpackt die lasse ich auch verpackt weil ein sammler macht niemals die verpackung auf sollte ich in den anderen eiern auch noch mal so einen eiermann haben kann ich den gerne aufmachen aber diesen hier möchte ich zulassen ich zeichne euch so könnten euch so angucken das ist zu weit es ein stempelkissen ist wie gesagt sollte ich in den anderen eiern auch noch mal so ein eiermann haben mache ich den dann gerne auf aber den hier möchte ich jetzt erstmal zulassen ok das war jetzt dieses video ich hoffe es hat euch wieder gefallen und ich sage tschüss bis zum nächsten mal und ich sage tschüss bis zum nächsten mal